Hey Leute und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video. Heute soll es um ein paar Filmfehler in Treuege gehen. Obwohl, in diesem Video doch eher um Serienfehlen. Die erste Sache zieht sich fast durch die gesamte 13. Folge der ersten Staffel. In der Kampf der zwei Brücken verwendet Jim immer und immer wieder eine falsche Zauberformel. Aus. Bei der Ehre Merlins, das Tageslicht gehorcht mein Befehl. Macht er. Bei der Macht Merlins, das Tageslicht gehorcht mein Befehl. Aber es hat ja funktioniert. Anscheinend gibt es da keinen Unterschied zwischen Ehre und Macht. Auch die 10. Folge der zweiten Staffel ist nicht ganz fehlerfrei. Bei der Mission, ein paar Zwerge wieder einzufangen, wurden Clara, Jim und Tobi bei Senior Uhls Wagen Susanna gestellt, woraufhin sie am Samstag nachsitzen mussten. Am Morgen wurden sie von ihren Eltern zur Schule gefahren und begannen mit dem Nachsitzen. Was sich nachdem Senior Uhl einen zuschaffen Burrito gegessen hat, eher in Freizeit änderte. Sie lasen Bücher, machten Sport und fuhren in den Schulgang Fahrrad. Warte. Fahrrad? Aber sie wurden doch von ihren Eltern gefahren. Woher haben sie jetzt die Fahrräder und ihre Hände? Auch die 7. Folge der zweiten Staffel ist nicht fehlerlos. In der Folge Held mit 1000 Gesichtern spaltet sich Jim in 9 verschiedene Versionen von sich. Einmal er selbst und alle anderen 8 verkörpern eine Eigenschaft von ihm. Am Ende der Folge vereint er diese jedoch alle wieder in sich durch das Amulett. Alle? Nein. Ein Einzelner hat sich ungesehen davon gestohlen. Der Jim mit der grauen Jacke. Auch als Koch-Jim bekannt. War nicht anwesend und somit immer noch auf freiem Fuß. Sofern Jim ihn nicht wieder eingefangen hat. Wer weiß, vielleicht hat er so ein Restaurant aufgemacht. Vielleicht ist er sogar der Boss von Duxi. Eine Sache muss ich der Folge aber kurz noch anmerken. So ungerne ich sie sehe, ist sie grafisch wohl eine der besten. So gut sieht Jims Rüstung nur in wenigen Folgen aus. Und generell sieht man einen zeichnerischen Fortschritt aus Staffel 1 zu Staffel 2. Aber das war es jetzt schon wieder von diesem Video. Ich hoffe es hat euch wie immer gefallen. Falls ihr mir das Video gefallen habt, dann bitte nicht die konstruktive Kritik in den Kommentaren vergessen. Jetzt würde ich sagen, habt nochmal einen schönen Tag. Haut rein und ciao. Noit. 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 Hup.